In der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« nähern sich Toni und Erik nur scheinbar wieder an. Im Frühjahr 2023, lange bevor Olivia Maray wieder ans »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« Z zurückkehrte, erklärte die Schauspielerin auf Instagram, dass sie unbedingt dafür sorgen will, dass Toni und Erik, Patrick Heinrich, in der Serie wieder zusammenkommen. Wir erinnern uns, die beiden hatten sich getrennt, nachdem Erik versucht hatte, wegen seiner Vorstrafen mit gefälschten Papieren in die USA einzureisen. Für Polizistin Toni ein absolutes Fehlverhalten. GZSZ – Bisher kein Liebeskommeback bei Toni und Erik. Allerdings machten die GZSZ-Autor, Innenmaray, einen Strich durch die Rechnung. Toni verhielt sich Erik gegenüber derart unterkühlt, dass er sich zurückzog. In den letzten Wochen konnten wir in der Serie sehen, dass er seine Vorbehalte gegenüber Dating-Apps abgelegt hat, und aktuell regelmäßig auf Dates geht. Ja, Erik lernt Frauen kennen. Und Toni ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Es ist die Medikamentenabhängigkeit, die Toni fest im Griff hat. Spätestens als ihre neue Mitbewohnerin Alicia, Josephine Bressel, nicht rechtzeitig an der Tür war, um das Paket mir Tonis Tabletten nach Schub aus Amerika anzunehmen, wurde deutlich, wie sehr die Sucht ihr Verhalten bereits beeinflusst. Als sie das Päckchen letztendlich bei Erik im Mauerwerk abholte, wo der Zusteller es abgegeben hatte, merkte Erik bereits, dass etwas mit seiner Ex-Freundin nicht stimmt. Doch noch immer kann er sich keinen Reim darauf machen. GZSZ Toni leidet unter ihrer Sucht Wie wir euch bereits berichtet haben, beginnt Toni immer mehr unter der Situation zu leiden. Sie hat Angst, im Job nicht mehr zu funktionieren. Außerdem würde sie gern für Luis, Marc Weinmann, da sein, der sich schwere Vorwürfe wegen Jonas, Felix van Deventer, Unfall, in der alten Filmfabrik macht. Doch sie hat nicht die Kapazitäten dafür. Leider ist das Bettfoto kein Anzeichen für ein Liebeskommeback, sondern ein Hilferuf. Denn Toni sehnt sich in ihrer Verzweiflung nach Eriks Nähe. Sie träumt. Ob sie sich ihm anvertrauen wird, oder nicht, werden wir bestimmt bald wissen.